In diesem Video geht es um den BDM und die HJ. Ich erkläre dir, was das bedeutete und welche Auswirkungen das auf die Geschichte hatte. Die Hitlerjugend, HJ und der Bund Deutscher Mädel, BDM, waren Jugendorganisationen im Dritten Reich. Die HJ wurde 1926 gegründet und der BDM 1930 als weiblicher Zweig der HJ. Ziel war es, die Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zu erziehen. Ab 1936 war die Mitgliedschaft in der HJ für alle deutschen Jungen zwischen 10 und 18 Jahren Pflicht. Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren mussten dem BDM beitreten. Die Organisationen erreichten damit eine fast vollständige Durchdringung der deutschen Jugend. Die HJ und der BDM organisierten viele Veranstaltungen wie Zeltlager, Sportwettkämpfe und Paraden. Die Aktivitäten sollten Kameradschaft fördern und die Jugendlichen für den Dienst im Staat und im späteren Krieg vorbereiten. Die Erziehung in der HJ und im BDM war stark ideologisch geprägt. Man lehrte die jugendlichen Rassenlehre und antisemitische Ideen. Ziel war es, sie zu loyalen Anhängern des Nationalsozialismus zu machen. Die Mitglieder der HJ und des BDM trugen Uniformen, um ein Gefühl der Einheit und Zugehörigkeit zu schaffen. Diese Uniformen waren oft mit nationalsozialistischen Symbolen verziert. Im BDM lag der Schwerpunkt auf der Vorbereitung der Mädchen auf ihre Rolle als Mütter und Hausfrauen. Sie lernten Kochen, Nähen und andere häusliche Fähigkeiten, aber auch paramilitärische Übungen wurden durchgeführt. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Mitglieder der HJ und des BDM auch für kriegswichtige Tätigkeiten eingesetzt. Sie halfen zum Beispiel in Lazaretten, verteilten Flugblätter oder dienten als Luftwaffenhelfer. Obwohl die meisten jugendlichen Mitglieder waren, gab es auch Widerstand. Gruppen wie die Edelweißpiraten lehnten die Ideologie ab und versuchten, sich den Regeln und der Indoktrination zu entziehen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die HJ und der BDM verboten. Viele ihrer Führer wurden wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Die Organisationen sind ein Beispiel für die Manipulation und Ausnutzung der Jugend im Dritten Reich. Die Organisationen sind eine große Herausforderung. Manipulationen sind die Unterricht, eine große Herausforderung. Vielen Dank.